Guten Abend, Wladimir Putin hat neue Fakten geschaffen. Sein jüngster Schritt, die Anerkennung der Rebellengebiete in der Ostukraine als selbstständige Staaten, ist vielleicht nur der erste. Er hält viele militärische Trümpfe in der Hand und er behält sich vor, sie auch auszuspielen. Was kann der Rest der Welt ihm entgegensetzen? Das ist das Thema unserer heutigen Runde. Ich begrüße hier im Studio Martin Sellmeier, den Leiter der Vertretung der EU-Kommission in Österreich. Velina Csakharova, Politologin, Direktorin des Austria-Instituts für Europa- und Sicherheitspolitik. Den Militärexperten Walter Feichtinger, ehemaliger Brigadier des Bundesheeres. Und den Journalisten Otmar Lahodinski. Herr Sellmeier, lassen Sie mich mit Ihnen beginnen. Ihre Chefin Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, sagt heute, wir können das nicht hinnehmen. Das Sanktionspaket wird zügig fertiggestellt. Die EU steht geschlossen zusammen und ist vorbereitet, zügig zu handeln. Aber steht die EU nicht jetzt trotzdem vor einem Scherbenhaufen dieser Vision, mit der man gesagt hat, wir exportieren Stabilität in Richtung Osten und wir verhelfen den Staaten des früheren sowjetischen Machtbereichs zu neuer Blüte? Da ist davon eigentlich jetzt gar nichts mehr übrig. Herr Fritz, es ist eine extrem ernsthafte und besorgniserregende Situation, in der wir uns befinden. Der Kreml legt in diesen Tagen die Axt an die Rechts-, Friedens- und Sicherheitsordnungen, die wir gemeinsam mit Russland nach dem Ende des Kalten Krieges geschaffen haben. Und deshalb, die Schuld an dieser Situation liegt ganz klar auf der russischen Seite. Es ist eine russische Aggression. Und was wir dem entgegensetzen können, ist die Geschlossenheit der Europäischen Union mit unseren Alliierten in der Welt. Das ist nicht nur der Westen, sondern das ist die gesamte Welt, die nämlich auf den Grundsätzen basiert, dass Staaten ein Selbstbestimmungsrecht haben und dass Grenzen nicht mehr mit Waffengewalt verschoben werden. Die territoriale Integrität von Staaten ist wesentlich für die Friedensordnung die Weltgemeinschaft, auf die sie heute aufbaut. Und was wir gerade sehen, ist, dass das Existenzrecht eines Staates in Europa der Ukraine infrage gestellt wird durch den Kreml. Und das können wir in der Tat, wie Präsidentin von der Leyen heute gesagt hat, nicht hinnehmen. Und deshalb wird darauf mit sehr ernsthaften, schwerwiegenden und massiven Sanktionen geantwortet, die in wenigen Stunden beschlossen worden sind. Und zwar sowohl diesseits als auch jenseits des Atlantiks und in enger Abstimmung mit allen G7-Staaten. War es falsch von der EU, der Ukraine überhaupt diese Perspektive anzubieten und so zu tun, als würde es Russland gar nicht mehr geben? Der Ukraine ist die Perspektive angeboten, die sie sich selbst gewünscht hat, als selbstbestimmender Staat. Nämlich in die Partnerschaft mit der Europäischen Union einzutreten. Das haben alle Staaten auf europäischer Seite und die Ukraine so beschlossen. Und das gehört dazu in Europa, dass man sich in der gesamten Welt dafür entscheiden kann, welchem Bündnis man angehört, mit wem man Verträge schließt. Aber das passt in das Weltbild des Kremls nicht hinein. Denn danach ist ja, wie wir jetzt den Worten von Präsident Putin wieder entnehmen mussten, ist die Ukraine gar kein Staat. Und das ist, glaube ich, das, was uns ernsthaft besorgt machen sollte. Wenn diese Denkweise Schule macht, dann gibt es keine Sicherheit mehr, keinen Wohlstand mehr in Europa. Dann sind wir in einer ganz, ganz schwierigen Situation. Überlegen sich, wenn jeder Staat in Europa anhand der geschichtlichen Entwicklungen der letzten 500 Jahre die Grenzen neu ziehen würde, dann wäre Europa von einem Tag auf den anderen in ein Schlachtfeld verwandelt. Das können wir in der Tat nicht hinnehmen. Und deshalb müssen wir alle jetzt gemeinsam sehr energisch und ohne Zögern darauf antworten. Und das hat die Europäische Union heute getan. Frau Czakarowa, die Frage, die jetzt alle bewegt, ist, wie weit wird Putin gehen? Wie weit er gehen kann, das zeigt er ja schon. Aber wie weit wird er tatsächlich gehen? Was glauben Sie aus Ihrer langjährigen Beschäftigung mit Systemen auch in Osteuropa, wie kann das enden? Ich bin der Meinung, dass der russische Präsident seine Intentionen jetzt deutlich gemacht hat. Aber wir sind nur zu Beginn einer langwierigen Eskalation in Europa. Und die würde wahrscheinlich ähnlich ablaufen wie die Episode im Jahre 2014. Ich darf daran erinnern, dass es jetzt nicht um eine Invasion durch Russland, sondern um eine Reinvasion durch Russland gegen die Ukraine handelt. Und ich erwarte jetzt kurzfristig zuerst, dass Russland auf jeden Fall ähnliche Schritte tun wird. Das heißt, militärisch gestützt, militärische Truppen, jetzt gibt es schon das grüne Licht dafür, die natürlich dafür sorgen, dass da auch Referendum in den beiden Republiken durchgeführt wird. Das wird aus meiner Sicht sehr, sehr schnell auch durchgeführt werden. Und dann wäre der logische Schritt quasi die Annexion. Das heißt, ein ähnliches Szenario, kurzfristig gesehen. Aber aus meiner Sicht ist das nur ein Teil von einem ganz langwierigen Plan. Und wir müssen uns dessen bewusst sein, dass es hier auch um unsere gemeinsame europäische Sicherheitsordnung geht. Was wäre Putins Plan? Was wäre der Plan, von dem Sie meinen, dass wir dem noch entgegensetzen müssen? Natürlich geht es um die Ukraine an erster Stelle. Die Ukraine muss immer fürchten, dass ein Anschlag seitens Russlands imminent und permanent sein wird. Auf die gesamte Ukraine? Auf die gesamte Ukraine. Ich bin der Meinung, dass wir in dieser ersten Phase, wie gesagt, nur eine limitierte militärische Operation in der Ostukraine sehen. Die wird sich auf das gesamte Gebiet der beiden Republiken, aber da muss man auch sagen, nicht nur die Republiken, sondern auf die Regionen Lugansk und Donetsk beziehen. Und da muss man sich auch dessen bewusst sein, dass zwei Drittel nach wie vor ukrainisches Territorium ist. Aber da sind wir schon bei dem Punkt für den Militärstrategen. Herr Feichtinger, da geht ja mitten durch diese Republiken. Und es scheint so, als würde Russland sich ja diese neuen, von Russland anerkannten Republiken sich zur Gänze einverleiben wollen. Da geht ja mitten durch eine Frontlinie. Auf der einen Seite ukrainische, auf der anderen russische Soldaten. Dann gibt es weitere Drohpotenziale in Belarus, wo die Manöver nicht mit dem Abzug Russlands geendet haben. Und dann gibt es auf dem Meer auch noch eine substanzielle Streitmacht. Die Ukraine ist ein Stück weit eingekreist. Was kann das bringen für Putin? Kann Putin damit einen Vernichtungsschlag gegen die Ukraine und ihr politisches System führen? Oder was, glauben Sie, wäre da jetzt realistisch? Die Möglichkeit eines wirklich großen Vernichtungsschlages gegenüber der Ukraine, die Möglichkeiten sehe ich nicht. Aber was wir sehen derzeit ist, dass die sicherheitspolitische Landkarte komplett neu gezeichnet wird. Beginnen wir in Weißrussland. Es war ja bisher nicht möglich, dass wirklich russische Truppen dauerhaft in Weißrussland stationiert sind. Die werden bleiben, glauben Sie. Aufgrund der Entwicklung werden die sicher dort bleiben. Und Lukaschenko hat ja sogar schon zugesagt, dass er sogar zustimmen würde, dass man Atomwaffen auf seinem Territorium aufsteht. Unvorstellbar bisher. Also das ist ein wesentlicher Gewinn und ein Aufbau einer Drohkulisse. Nicht nur gegenüber der Ukraine, sondern man kann ja auch nach Polen schauen und weiter nach Europa. Das ist der eine Teil. Dann gehen wir weiter hinüber in den Donbass, wo ja diese selbsternannten autonomen Republiken hier jetzt für unabhängig, als unabhängig nur von Russland anerkannt werden. Also völkerrechtlich eigentlich hinfällig, überhaupt keine Frage. Weil um anerkannt zu werden, braucht man in der Regel ungefähr 100 Staaten. Also mehr als die Hälfte in der UNO-vertretenden Staaten. Und aber was er sich damit an Möglichkeit erschafft, ist ja mal einerseits dort hineinzugehen, weil begleitend ist ja auch ein Abkommen getroffen worden für den gegenseitigen Beistand. Na, das ist ja eine Einladung, das ist ja eine Selbstermächtigung, dann dort hineinzugehen. Und dann haben wir schon eine qualitative Veränderung, weil dort nicht nur die Separatistenkämpfer sind und verdeckte russische, sondern wirklich offizielle russische Truppen. Und die könnten natürlich ganz anders agieren an dieser Kontaktlinie, wie das heißt, gegenüber den ukrainischen Streitkräften. Und dann, Sie haben es angesprochen, gehen wir weiter nach Süden hinunter. Dann haben wir natürlich die Krim, die mittlerweile aufgerüstet ist, bis zum geht nicht mehr. Und dann haben wir die Schwarzmeerflotte, die mittlerweile verstärkt wurde, wo auch Landungstruppen bereit wären, um hier westlich der Krim vielleicht an Land zu gehen und hier irgendwo Einsätze zu machen. Also insgesamt wurde eine gewaltige militärische Kulisse aufgebaut. Und es liegt an Putin, wie weit hier die nächsten Schachzüge gezogen werden. Wenn es an dieser Kontaktlinie, an dieser Front in Donetsk und Luhansk zu einem Zusammenprallen russischer und ukrainischer Truppen kommt, das kann man ja nicht mehr anders bezeichnen als 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 offenen großen Krieg. Das ist ein internationaler Krieg. Das ist genau das, was wir eigentlich am allerwenigsten uns vorstellen konnten und auch vorstellen wollten, würde ich sagen. Aber offensichtlich in Putins Kalkül ist das eine Option. Er spielt stark die militärische Karte. Man sagt immer, Russland hat zwei Karten. Das eine ist die Energiekarte, das zweite ist das Militär. Derzeit ist das Militär vorne. Energie werden wir sehen, ob sie noch gespielt wird. Herr Lachatinski, in Ihrem langen Journalistenleben haben Sie sich viel mit der Europäischen Union befasst, aber auch viel mit Osteuropa. Sie haben Lavrov, den russischen Außenminister, interviewt. Und Sie haben zuletzt auch ziemlich kritisch über die Putin-Versteher, die sogenannten, gesprochen. Über die Leute, die hier im Westen und gerne auch in Österreich sagen, na ja, man muss sich doch mit Putin auch arrangieren können. Sind diese Putin-Versteher jetzt die Typierten oder haben Sie immer noch einen Punkt? Na ja, wie wir gerade gesehen haben in der ZIB 2, sind sie momentan eher Schmähstaat, wie das in Wien so schön heißt. Also die melden sich nicht. Auch niemand wollte dazu etwas sagen. Und es ist schon auffällig, dass so viele österreichische Ex-Politiker hier so gute Beziehungen mit Putin haben. Auf der anderen Seite haben wir uns immer als die großen Brückenbauer präsentiert. Wir waren das auch teilweise in der OSZE. Ich möchte erwähnen, da hat dieser gute österreichische Diplomat Martin Seidig einen tollen Job gemacht. Wurde übrigens von Lavrov in meinem Interview auch dafür gelobt, dass das so toll ist, die Arbeit in der Ostukraine, damit hier möglichst keine Gewaltaktionen stattfinden. Ja, also, aber noch einmal vielleicht, ich habe auch gestern mit dem ukrainischen Botschafter hier in Wien gesprochen. Und er hat gesagt, das passt hier dazu, die Gefahr ist noch nicht gebannt. Also es kann sein, dass wirklich der Putin die russische Armee über diese Kontaktlinie schickt. Und da hat der Botschafter gesagt, dann bleibt der Ukraine nichts anderes übrig, als sich zu verteidigen. Das heißt, das können sie nicht dulden, wenn die Truppen einfach weiter Richtung Westen oder Süden. Mariupol ist auch gefährdet, wenn sie da vorrücken. Und das ist natürlich dann ein Krieg, quasi auch vor unserer Haustür. Wir haben es gesehen, etwa jetzt 1000 Kilometer von uns entfernt. Und das hat niemand gewünscht. Aber hier hat noch einmal Putin die alleinige Verantwortung dafür. Er hat, wie gesagt, er hat die Nachkriegsordnung, er hat KSZE, das ist auch in Wien beschlossen worden, die Schlussakte vor über 40 Jahren. Also wenn das alles nichts mehr gilt, dann ist das ein Alarmsignal jetzt auch für die anderen Sowjetrepubliken. Die müssen ja Angst haben, die sind die Nächsten. Weißrussland gehört ihm quasi schon. Was ist mit Kasachstan? Da war er ja schon. Was ist mit den anderen Stans und mit Moldau? Und besondere Gefahr, also die baltischen Republiken, die fürchten sich jetzt wirklich. Und die sind aber bei der NATO und da auch wieder. Also wenn da die grünen Männlein dort auftauchen, dann sieht das nach einem wirklichen Weltkrieg aus, den niemand will. Die grünen Männlein muss man kurz erklären, das sind diese Leute, die in der Krim aufgetaucht sind, auf einmal Soldaten ohne Hochheitsabzeichen. Ohne Hochheitsabzeichen. Und erst später hat sich dann herausgestellt, dass das russische Soldaten sind. Ja, Selma, jetzt beginnt diese Sanktionswelle zu rollen. Die ersten Maßnahmen sind ergriffen, sind noch vergleichsweise milde. Es geht gegen Banken, es geht gegen Individuen. Lassen Sie uns ein bisschen in die Küche sozusagen der EU schauen. Was ist denn als nächstes in Vorbereitung? Angenommen, es kommt wirklich zu einer größeren militärischen Eskalation. Was macht die EU? Also erstmal wollen wir hoffen, dass das nicht passiert. Und das ist auch der Sinn der ersten Welle der Sanktionen. Die sind deutlich schärfer als die Sanktionen, die 2014 nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Krim beschlossen worden sind. Sie sind direkt abgestimmt mit den Alliierten. Das ist auch eine Neuigkeit und sind deshalb auch deutlich schärfer. Also beispielsweise das Aussetzen des Handels von russischen Staatsanleihen ist nicht, ich habe das auch eben in der ZIP2 hier gesehen, dass das so ein ganz harmloser Akt ist. Also für die Refinanzierung eines Staates und auch die Glaubwürdigkeit, die finanzielle Glaubwürdigkeit und Stabilität eines Staates spielt das eine Rolle, wenn man sich weder in Europa noch auf dem amerikanischen Finanzmarkt mehr refinanzieren kann. Dann bleibt nämlich nicht mehr viel auf der Welt übrig. Also das sind sehr scharfe Sanktionen. Auch das Einstellen von Nord Stream 2 ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Signal. Das ist ja nicht nur ein kommerzielles Projekt, wie das viele immer gesagt haben, sondern ein geopolitisches Prestigeprojekt. Und das scheint offenbar auch sehr schmerzhaft zu treffen, denn sonst würde sich nicht Herr Medvejev heute per Twitter darauf nehmen. Das war ja ein Projekt, das die EU zerrissen hat, muss man sagen. Denn Deutschland hätte sich direkt an russischem Gas bedienen können durch diese Pipeline. Polen, Ukraine wären leer ausgegangen. Richtig, und deshalb hat ja die Europäische Union auch ein Regelwerk geschaffen, das dafür sorgt, dass es zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht zertifiziert werden konnte. Und dieses Verfahren, was dann auch in Gang ist, ist heute von der Bundesrepublik Deutschland zunächst mal gestoppt worden. Und es ist auch klar, wenn die Eskalation weitergeht, ich würde sagen, wir haben schon die Eskalationsstufe erreicht, dann wird aus Nord Stream 2 eine industriepolitische Ruine werden, die sich mit Swendendorf vergleichen kann. Wie wird es weitergehen, dann sanktionsmäßig? Sanktionen liegen alle, Möglichkeiten liegen auf dem Tisch. Und auch das ist ein Fortschritt gegenüber 2014. Es ist eng abgestimmt zwischen allen Mitgliedstaaten. Wir haben ja in den letzten Tagen noch gehört, da werden da alle mitmachen. Also das ging heute in wenigen Minuten, dass sich die Außenminister verständigt haben, weil das gut durch die Kommissionspräsidentin vorbereitet worden ist. Es ist eng abgestimmt mit den USA. Und das wird auch genauso weitergehen. Man kann die gesamte Eskalationsstufe bis zum letzten durchziehen. Und das würde bedeuten, dass Russland auf der letzten Eskalationsstufe von allen Möglichkeiten, an der Weltwirtschaft teilzunehmen, ausgeschossen wird. Und das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, wie das einige Vorredner getan haben. Denn Russland ist ein Land, das extrem abhängig ist vom Handel mit dem Rest der Welt und auch von Dollarreserven. Aber wird sich Putin beeindrucken lassen von einem derartigen Sanktionsszenario? Gibt es irgendeinen wunden Punkt, an dem Sie glauben, dass er tatsächlich zu überlegen beginnt und sagt, na ja, Zahlungsverkehr nicht mehr mit dem Rest der Welt, ich überlege es mir anders und ziehe zurück? Ich bin der Meinung, dass er das schon mit einkalkuliert hat, dass er damit gerechnet hat, dass eigentlich diese massiven Sanktionen verhängt werden. Und ich bin auch der Meinung, dass er eigentlich schon auch an Exitoptionen gedacht hat. Also wir dürfen auch nicht das große Bild außer Acht lassen. Das heißt auch, Russland hat neue Optionen. Auch Russland ist mittlerweile in neuen Partnerschaften, in neuen Partnerschaften, neuen Allianzen sind es natürlich nicht. Also Russland hat in Wirklichkeit keine Alliierten. Aber auf jeden Fall darf man jetzt diese Dimension, also zum Beispiel der systemischen Koordinierung mit Kindern, nicht außer Acht lassen. Ich darf auch daran erinnern, dass China zur Rettung kam 2014, als die russische Währung nach den verhängten Sanktionen in einer ernsthaften Krise war. Also das war eigentlich der Verdienst Chinas, die russische Wirtschaft, die russische Währung damals zu retten. Und ich gehe davon aus, dass das auch jetzt der Fall sein wird. Und ich bin auch der Meinung, Teil der Kalküle von Putin sind auf diese Schiene zurückzuführen, auf den Dragon Bear, auf den Drachenbären. Also das heißt, auf diese systemische Koordinierung. Warum? Weil ich auch der Meinung bin, dass gerade dieses Timing, also dieses Zeitfenster, sehr vorsichtig ausgewählt wurde von Putin. Er will auch den Preis der russischen Teilnahme an diesem systemischen Wettbewerb zwischen den USA und China erhöhen. Früher haben die Militärstrategen geschaut, wo die Straßen verlaufen, wo die Eisenbahnlinien verlaufen. Schaut man heute vor allem darauf, wo die Pipelines verlaufen und ob zum Beispiel jetzt die nächste Pipeline nicht mehr von Russland in den Westen, sondern von Russland nach China geht. Wie strategisch wichtig sind diese Rohstoffe geworden? Sie sind nach wie vor unglaublich wichtig, weil wir wissen, in Europa alleine ohne diese Rohstoffe und vor allem die Energieträger, Kohle, Gas und Öl, sind wir eigentlich ausgeliefert. Und Russland liefert einen großen Teil davon. Das heißt, die Diversifizierung ist sehr wichtig. Aus militärstrategischer, aus sicherheitspolitischer Sicht schaut man natürlich auf die Abhängigkeiten einer jeweiligen Region. Und da gehören die Pipelines mit den Versorgungslinien dazu, da gehören alle wichtigen Infrastrukturen dazu. Aber wir sind ja heute schon wesentlich weiter. Wir sind ja heute in einer Situation, wo wir durch eine hybride Kriegführung einen Staat enorm unter Druck bringen können. Und wir haben ja schon kleine Kostproben gesehen, hier auch gegenüber der Ukraine. Plötzlich waren einige Computer in der öffentlichen Verwaltung lahmgelegt. Und Hackerangriff hat es gegeben, in allen möglichen Bereichen. Das ist wirklich nur eine Kostprobe. Da geht noch viel, viel mehr. Und Russland ist in diesem Bereich der hybriden Kriegführung meisterst versiert mittlerweile. Und wir kennen Fake News. Wir kennen Möglichkeiten, eine Gesellschaft zu destabilisieren. Wir können Möglichkeiten, eine Regierung zu desavouieren, indem man eben Falschmeldungen macht und vieles mehr. Und all das ergibt eine gut gefüllte Werkzeugkiste auf russischer Seite, wo wir heute noch nicht alles gesehen haben. Und wo ich davon ausgehe, dass da noch einiges gespielt wird, je nachdem, wie sich die Sache aus Putins Perspektive entwickelt. Der finnische Präsident hat heute gesagt, das wird noch kälter werden als im Kalten Krieg. Pflicht Sie dabei? Ja, also man muss schon Angst haben. Und weil vorher die Sanktionen angesprochen worden sind, sie wirken sehr wohl. Es gibt den schwedischen Experten Aslund, der hat das genau ausgerechnet. Der hat gemeint, dass die Sanktionen seit 2014 das russische BIP, das Bruttoinlandsprodukt, pro Jahr um 2,5% bis 3% sogar gesenkt haben. Aber die Krim ist bei Russland geblieben. Ja, ja, natürlich. Aber Putin braucht für den wirtschaftlichen Niedergang, das merken ja die Russen, merken das, sie können sich kaum mehr was leisten. Es ist alles teurer geworden. Inflation, Rubel ist gesunken, der Wert. Damit will er immer wieder ein außenpolitisches Abenteuer, wie er es ja immer wieder gemacht hat, von Tschetschenien bis immer. Das braucht er, um von dieser wirtschaftlichen Misere abzulenken. Und man darf nicht vergessen, noch vor, glaube ich, 30 Jahren, also knapp bei der Sowjetunion noch, war Russland mit China wirtschaftlich etwa auf derselben Stufe. Wo hat Putin jetzt für sein Volk wirtschaftlich was wirklich weitergebracht? Wo sind die russischen Produkte? China hat es geschafft, gleichzuziehen mit der EU, mit den USA. Aber was hat Russland? Außer Gas und Öl gibt es nicht viel. Es gibt ein Land, das steht wirtschaftlich noch viel schlechter da als Russland. Und das ist die Ukraine selbst. Was ist denn aus den Plänen geworden, jetzt auch mit viel EU-Geld der Ukraine wirtschaftlich auf die Beine zu helfen? Herr Fritz, ich glaube, das, wo Herr Putin am meisten Angst vor hat, ist eine blühende Demokratie in seiner Nachbarschaft. Und das sollte uns eigentlich etwas Hoffnung machen. Das ist der Grund, warum einer der wichtigsten Teile unserer Politik in der jetzigen Situation ist, nicht nur Sanktionen, nicht nur alles tun, um den Westen vereint zu halten, sondern die Ukraine demokratisch und wirtschaftlich so stark wie möglich zu machen. Denn natürlich ist es klar, wenn wir eine solche Situation haben, das ist ja fast schon ein heißer Krieg, den wir augenblicklich in der Ukraine haben, dann zieht sich Kapital, flieht aus der Ukraine, die Wirtschaft wird destabilisiert. Also was wir an den Börsen weltweit sehen, das ist ja nur ein Ausschnitt dessen, wenn wir das anschauen, was in der Ukraine passiert, da leidet die Wirtschaftszeit viel stärker. Und deshalb ist das ein großes Interesse von uns allen, wenn wir Einhalt gebieten würden, dass wir die Ukraine so stabil wie möglich machen. Und deshalb hat die Europäische Union diese Woche ein neues Finanzpaket von 1,2 Milliarden Euro auf den Weg gebracht, beschlossen, das wird bereits jetzt umgesetzt. Das ist ein weiterer Bestandteil ohne Bedingungen, sondern das geht einfach daran, um die Demokratie zu stützen. Und wenn wir zurzeit sagen, wir stehen Schulter an Schulter mit der Ukraine, ist das unsere beste Antwort auf Putin. Denn wie Herr Laudinsky sehr richtig gesagt hat, dauerhaft, auch in einer Autokratie, schauen heutzutage, wir sind nicht mehr im 19. Jahrhundert, schauen die Leute doch mal auf die andere Seite der Grenze. Auch die Russen sind heute auf TikTok, auf Twitter und schauen sich an, was dort passiert. Deshalb, ich habe doch das Vertrauen, wenn wir etwas glauben an die Demokratie, in sie investieren, dann ist das eine gute Antwort, wo wir diesen Konflikt in ein paar Jahren doch überwinden können. Kann man ein Land an einem Ende wirtschaftlich stabilisieren und demokratischer blühen lassen, wenn am anderen Ende oder zumindest am anderen Ende dieses Landeskrieg herrscht? Das ist nämlich diese Dilemma-Frage. Also ich bin fest davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Die Ukraine hat sich für diesen Weg entschieden. Die Ukraine ist pro-europäisch, pro-westlich. Wenn man in Kiew eigentlich ein bisschen Zeit verbringt, ist es eigentlich genauso wie in jedem anderen europäischen Staat. Von der Einstellung her, vor allem, was die jungen Menschen dort an Vorstellungen, an Weltvorstellungen haben. Gleichzeitig ist es aber auch so, und das ist jetzt die geopolitische Expertin in mir, dass wir natürlich diesen Wirtschaftserfolg auch selber militärisch stützen müssen. In Wirklichkeit wird kein EU-Mitgliedstaat und die USA sowieso auch nicht in dieser direkten militärischen Auseinandersetzung zwischen Russland und der Ukraine involviert sein. Das weiss Putin, das weiss natürlich auch die ukrainische Elite. Und da können wir eigentlich ein bisschen mehr Arbeit leisten. Das heisst natürlich in Zukunft, und jetzt kommt der strategische Kompass im Jahre 2022, hoffentlich noch während der französischen Präsidentschaft. Davon geht man aus, dass es da auch endlich zu einer Diskussion kommt, wie wir eigentlich auch unsere europäischen Interessen, unseren europäischen Weg, unter anderem, wenn notwendig, militärisch stützen. Natürlich defensiv. Das heisst, wir müssen dann auch zu Hilfe kommen. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Ukraine irgendwann mal Teil des Binnenmarktes wird, das wird der Weg der Ukraine sein, dann müssen wir uns auch diesbezüglich Gedanken machen. Wie können wir die Ukraine auch militärisch besser unterstützen? Die Ukraine ruft nach Waffen. Sie sagt, schickt uns Waffen. Nicht die ganze EU ist dabei. Deutschland schickt nur Helme, nur Schutzausrüstung. Andere sind wieder ziemlich offensiv und sagen, ja, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die Ukraine mit Waffen zu verstärken. Kann das etwas bringen? Oder ist Russland ohnehin ein übermächtiger Gegner, gegen den man in einem größeren Kriegsszenario gar nichts ausrichten würde können? Das ist vermutlich so, dass die Ukraine mit der Armee gegen Russland, wenn es wirklich geschlossen auftritt, wenig auszurichten hätte. Aber der Selbstverteidigungswille muss schon da sein. Und der ist auch da. Und der ist auch zu stärken. Das ist ganz wichtig. Das bringt mich nämlich zum strategischen Kalkül Russlands und wie man das durchkreuzen kann. Ein wesentlicher Punkt war ja eigentlich nach 2014, dass man die Ukraine intern destabilisiert, fragmentiert und sehr schwach macht. Das Gegenteil ist eingetreten. Als ich das letzte Mal in der Ukraine war, war ich überrascht, wie geschlossen das Land eigentlich ist, welche klare Position es hat. Und jetzt mit dieser russischen Aggression wird das sicher noch zunehmen. Das heißt, dieses Ziel ist einmal daneben gegangen. Zweites Ziel oder zweite Absicht ist sicher, den Westen sehr zu erschrecken und hier irgendwie zu Zugeständnissen zu zwingen. Also wenn Europa durchsteht und geschlossen bleibt, so wie Herr Selmay das angesprochen hat, dann glaube ich, geht auch dieses Kalkül mittelfristig daneben. Nicht heute oder morgen, aber wir müssen ja auch an den Übermorgen denken. Und dann gibt es vielleicht noch andere Punkte, wo man auch sagen kann, wirtschaftlicher Natur mit den Sanktionen, das tut aber dann schon weh und das sorgt schon auch für Verunsicherung. Unterm Strich glaube ich, dass man die russische Strategie durchkreuzen kann, wenn man geschlossen bleibt und wenn man mittel- und langfristig denkt. Und das halte ich eigentlich momentan für die wichtigste Sache schlechthin, dass man jetzt nicht so schockiert ist und irgendwie plötzlich reagiert und Fehler macht, sondern jetzt muss man kühl bleiben und sagen, wo können wir wirklich den Hebel ansetzen. Timothy Galton Ash, der britische Publizist, hat gesagt, Wir haben die Wahl Yalta oder Helsinki. Also Yalta, diese Konferenz, auf der die Welt aufgeteilt wurde, quasi in Einflusssphären. Helsinki, dieses Prinzip, dass jeder Staat sich selbst seine Bündnisse suchen kann. Worauf wird es hinauslaufen? Wird man irgendwann sagen müssen, die großen Mächte setzen sich zusammen und teilen die Ukraine auf, das Yalta-Szenario? Oder hat dieser Helsinki-Prozess, diese Selbstbestimmung noch irgendeine Chance? Ja, Putin will tatsächlich die europäische Nachkriegsordnung ändern, das ist ganz klar. Manchmal fühlt man sich ja wirklich an 1938 erinnert, ja, Appeasement immer wieder. Auch der ukrainische Botschafter hat es gestern gesagt, wenn man ihm jetzt was gibt, denn Putin, man sagt, soll er Donner jetzt kriegen, du Hans, was ist der nächste Schritt? Bei Krim hat man auch gesagt, er wird da Ruhe geben, wenn er Krim kriegt. Es ist Salami-Taktik und es wird, ja, dann gibt es wahrscheinlich eine neue europäische Ordnung von autoritären Systemen, und vielleicht Russland-China gemeinsam zusammen. Das ist eine weitere Gefahr für unser Modell, unser europäisches, demokratisches Modell und für unsere Grundwerte, Medienfreiheit und so weiter. Das gibt es dann nicht mehr. Aber ich glaube auch, dass wir noch so stark sind, dass Herr Feichtinger gerade gesagt hat, dass wir dann diese Attacke sehr wohl standhalten können. Ganz kurz, Herr Selmer, wenn sich Russland und China tatsächlich zusammentun sollten, steht die EU dann endgültig auf verlorenen Posten? Also ich würde das nicht zugleich glauben, wenn man das so behauptet wird. China und Russland haben völlig andere Interessen. Und vor allem, das haben wir eben schon gehört in der Diskussion, Russland würde dann ein wirklicher Juniorpartner sein. Es würde gegenüber China wie heute Weißrussland gegenüber Russland sein. Ich glaube, dass nicht das abschließende Szenario ist, das Augenblick im Kopf von Wladimir Putin herumspukt. Herzlichen Dank. In der Zipp-Nacht ist zur Ukraine-Krise der Militärexperte Gerald Karner zu Gast ab 23.35 Uhr. Und hier auf ORF 2 geht es weiter mit einer Ausgabe von Kreuz und Quer. Die Ungläubigen vom Hindukusch, die bunte Kultur von Kalascha, das ist das Thema. Der Fernsehabend geht also noch spannend weiter. Ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017